Ich bin Anita Neugebauer, 39 Jahre alt und habe als Quereinsteiger bei der WWF Group angefangen. Ich habe meine Aufgaben so gut erledigt, dass ich schon nach einer Woche die Nachtschicht eigenverantwortlich übernehmen durfte. Durch mein Interesse habe ich die Möglichkeit bekommen, den Staplerschein zu machen. Denn wenn die Arbeit Spaß macht, dann interessiert dich einfach alles. 2007 habe ich das Angebot bekommen, eine neunmonatige Ausbildung zu Textilmaschinen- und Anlagenführerin zu machen. Diese Herausforderung habe ich gerne angenommen und es hat sich gelohnt. Denn 2017 wurde ich dann Schichtführerin und Meistervertretung. Also ihr merkt schon, meine Arbeit ist vielseitig und mir wird nie langweilig. Insgesamt hat mir die WWF Group viel ermöglicht und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich denke, es gibt noch viel zu lernen. Das war meine Geschichte bei der WWF Group. Und meine 19 Jahre hier sind erst der Anfang. 20 Jahre hier sind noch eine physische섯ene Anpauralne. Und meine 20 Jahre sind ein kostenländer. sólo haben Sie abgegeben, dass dieses Bez usard ist, dass sie nicht mehroultsformaten. Also ihr Mariess im Blick ging deswegen, meine Kind